Was ist ein Pferd? Hallo, ich bin Henrik Lochturve und ich erzähle euch heute etwas über mein Pferd Boston. Boston ist ein Pferd, der eigentlich viel Abwechslung bietet. Also es ist kein Tag wie der andere und es gibt auch kein Schema F, nach dem man Boston reiten kann. Es ist absolut kein kompliziertes Pferd, aber es gibt doch immer wieder Dinge, wo man sich dann als Reiter wieder Gedanken machen muss, dass man einen anderen Weg geht, um ans Ziel zu kommen. Da ist Boston wirklich sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Boston ist ein sehr kompaktes, recht kurzes Pferd. Ich bin ja doch sehr hoch gewachsen und ich dachte immer, das wird nichts. Und mein Freund, er hat immer wieder gesagt, der hat was, der hat was. Es ging schon mit dem fliegenden Wechsel los. Also das wollte einfach nicht klappen. Es hat einen Tag funktioniert und am nächsten Tag hat er so getan, als wenn er vom fliegenden Wechsel noch nie was gehört hat. So, und das hat uns eigentlich anderthalb Jahre beschäftigt. Und dann ist der Knoten geplatzt. Dann ging auf einmal ein Wechsel, dann machte er ein paar Serienwechsel. Dann habe ich einen Monat später, glaube ich, wie alt war er dann da, achtjährig, habe ich ihm dann die erste S geritten, die er sofort gewonnen hat. Und ja, das hat uns dann auch irgendwie so ein Selbstbewusstsein gegeben, zu denken, Mensch, das klappt doch und jetzt gucken wir mal, wo es hingeht. Münster war halt so, da ging der erste lange Grand Prix und die erste Kür. Und das hat gut funktioniert und das hat wirklich Spaß gemacht. Und das war abends vor dem Schloss, vor dem Münsteraner Schloss bei Flutlicht. Und da war er neunjährig und das war schon ein besonderes Erlebnis. Wir gehen eigentlich mit allen Pferden immer wieder auf die Rennbahn, auf unseren Rundkurs und lassen die einfach auch mal galoppieren. Und das merkt man dann auch, wie die das dann auch mal brauchen. Also da lassen wir es schon mal ein bisschen knattern. Das tut der Seele gut und einfach was anderes. Und wir haben das mit ein bisschen Gefälle, also das ist auch noch sehr gymnastizierend. Und ich merke das bei jedem Pferd, das tut einfach gut. Boston geht zu Hause wirklich toll, aber so der Knoten-Impfweg in der Prüfung, der ist noch nicht so richtig geplatzt. Und von daher haben wir uns ein bisschen mit den Turnieren zurückgenommen, um einfach zu sagen, wir wollen das vernünftig zu Hause festigen und stabilisieren. Und dann natürlich auch jetzt zur zweiten Hälfte des Jahres mehrere Turniere reiten, um dann einfach auch an der Turnierroutine zu arbeiten. Ich hätte vor vier Jahren nicht sagen können, das ist das Grand Prix Pferd hier im Stall. Aber er hat sich dahingehend so gut entwickelt, dass ich jetzt sehr froh bin, dass wir ihn hier bei uns haben. Jetzt habe ich euch etwas über mein Pferd Boston erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über meinen Weg und wie alles angefangen hat. clips.com Untertitelung des ZDF, 2020